Dieses Video wird unterstützt von PK-Pro, deinem Hobbybaumarkt. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung und nutzt den Link bei eurem nächsten Einkauf. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einem neuen T-Basics. Heute versuchen wir mal Bäume etwas haltbarer zu machen. Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal und zu einem neuen T-Basics. Ja, wir versuchen heute mal Bäume, selbstgebastelte Bäume etwas haltbarer zu machen. Ihr seht hier, ich habe schon ein etwas älteres Modell. Dieses Modell landet immer mal wieder in einer Kiste und dann kommt was drauf und ihr seht schon, das Ding ist einfach auch, ja, das ist durch. Also das versuche ich tatsächlich noch mal neu zu gestalten, aber was fällt uns auf, das ist natürlich alles erstmal sehr trocken geworden. Wir haben jetzt hier keinen Flock drauf, es ist tatsächlich nur besprühte Filterwatte, aber es ist alles sehr trocken geworden und es ist alles nicht mehr hier die Zweige, die ist auch schon abgebrochen. Also das hängt auch noch an so einem seidenen Faden, das gefällt mir nicht mehr, das war, die sind auch schon ein paar Jahre älter und da ich für ein Videoprojekt tatsächlich ganz viele Bäume brauche und dachte mir, hm, eigentlich können wir mal wieder richtig schöne Bäume machen und das geht tatsächlich sehr gut mit diesen Rohlingen von Woodlands Tienic oder auch Hickey. Und ich habe hier schon mal was vorbereitet und ich habe ein Video gesehen von Geek Gaming, viele von euch werden den Kanal kennen. Und der hat zum Beispiel versucht, seine Bäume haltbar zu machen mit flüssigem Latex. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, das musst du mal ausprobieren, weil die Methode ist, er hat quasi den Baumrohling genommen, er hat ein bisschen Seemoos draufgeklebt, dass einfach mehr Fülle da ist für das Flock zum späteren Zeitpunkt und hat sie aber in diesem Zustand in flüssigen Latex getaucht, hat das Ganze trocknen lassen, hat sie dann besprüht und hat das dann im Nachhinein beflockt. Da habe ich mir erst mal überlegt, okay, warum im Nachhinein, weil das Flock, wir haben dann immer noch das Flock-Riesel-Problem, aber ich denke mir, dieses Seemoos, das ist natürlich auch ein Naturstoff, der wird natürlich auch irgendwann richtig trocken und brüchig. Mit dieser Latexmilch kann es sein, dass das einfach dadurch das Gesamtkonstrukt haltbarer gemacht wird. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, wir werden das heute ausprobieren. Aber ich habe mir gedacht, wir machen noch einen zweiten Versuch, warum nicht einfach das Ganze auch mal mit Weißleim probieren. Flüssigen Weißleim, flüssiger Weißleim ist ja irgendwie in unserem Hobby ja irgendwie für alles brauchbar und von daher werden wir ebenfalls mal einen Test machen, was denn der flüssige Weißleim macht. Ich kann mir vorstellen, dass der Weißleim sehr fest wird, sehr hart wird, aber es kann dadurch sein, dass es natürlich brüchig wird. Durch das flüssige Latex haben wir natürlich eine Flexibilität in dem ganzen Konstrukt, das heißt, wir können da trotzdem wahrscheinlich das Ganze noch biegen und bewegen, es bricht nichts, aber trotzdem stabil. Ich bin sehr gespannt. Wir werden heute nur den Versuch unternehmen, okay, was ist besser? Weißleim, flüssiger Weißleim oder Latex? Es geht hier heute nicht um die Beflockung, sondern wir wollen einfach nur mal schauen, wie kriegen wir Bäume haltbarer? Ich habe jetzt hier meine Flüssigkeiten. Einmal haben wir flüssigen Latex in der Farbe Naturweiß. Dadurch, dass wir die Bäume ja eh noch besprühen im Anschluss, ist es völlig egal, welche Farbe man da verwendet. Und ich habe hier ein Weißleim-Gemisch mit Wasser und ein bisschen Spüli, damit so ein bisschen die Oberflächenspannung bricht. Und ja, ich würde sagen, wir tauchen das Ganze jetzt einfach mal ein. Dann braucht das sicher, ja, gute zwölf Stunden lassen wir es durchtrocknen. Eventuell müssen wir noch eine zweite Schicht aufbringen, gerade bei einem flüssigen Latex. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze aussieht, wenn es ausgehärtet ist. Also los geht's. Wir nehmen unseren Baum. Das ist so einigermaßen fest. Ich hoffe, dass das jetzt auch alles hängen bleibt und wir tauchen es einfach mal in den Latex ein. Ziehen das raus. Wir können dann gleich noch mit der Airbrush ein bisschen die Luftblasen rauspusten. Aber wir sehen schon, hier löst sich auch schon ein bisschen was. Und das lassen wir jetzt einfach erstmal so abtropfen. Und das Gleiche machen wir natürlich auch mit dem Leim. Das ist schon mal ein bisschen nicht so dickflüssig. Aber sieht fast genauso aus. Auch hier haben wir so eine kleine Blasenbildung. Das werden wir gleich mit der Airbrush noch mal ein bisschen rauspusten. Eigentlich gibt es jetzt erstmal keinen großen Unterschied. Hier ist es ein bisschen, ja die Masse ist einfach ein bisschen dickflüssiger. Hier ist es ein bisschen flüssiger. Das kommt natürlich auch auf eure Mische drauf an. Ja, ich puste das jetzt nochmal kurz mit der Airbrush ein bisschen die Blasen frei. Dann lassen wir es abtropfen, abtrocknen und dann gucken wir, ob tatsächlich noch eine zweite Schicht erforderlich ist. So, nach einer Trocknungszeit von über 48 Stunden sind die Dinger jetzt auf jeden Fall getrocknet. Das ist unser Latexbäumchen und das ist unser Weißleimbäumchen. Ja, was fällt als erstes auf den ersten Blick auf? Natürlich das Latexbäumchen. Das glänzt natürlich wie eine Speckschwarte. Aber auch der Weißleim glänzt. Beziehungsweise sind das wahrscheinlich die Rückstände vom Hobbituck, was ich hier sehe. Also der Stamm an sich ist okay, aber die Rückstände vom Hobbituck, die glänzen natürlich auch noch. Aber das macht natürlich erstmal nichts, weil wir werden die natürlich eh gleich noch mit Farbe versehen. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal oder wir überprüfen jetzt erstmal die Haltbarkeit der verschiedenen Methoden. Also hier haben wir unser Latex. Das ist schon, ja man sieht, dass es komplett überzogen ist mit einer ganz dünnen Latexschicht. Es ist tatsächlich auch gelblich geworden, weil wir mit Naturlatex gearbeitet haben. Auch diese Branches halten jetzt hier auf jeden Fall richtig fest. Da kann man auch zuppeln. Das geht auch nicht mehr ab. Also es ist auch wirklich sehr stabil. So und hier mit unserem Weißleim. Ja, man merkt tatsächlich einen Unterschied. Also das ist unser Latexbäumchen. Hier kann ich auch ziehen. Passiert gar nichts. Aber wenn ich hier, also ihr seht schon, ich kann hier ziehen und es löst sich. Und das passiert hier, klar mit viel Kraft würde das auch gehen. Aber hier ist das tatsächlich auf jeden Fall mehr gegeben. Und es ist immer noch, ja es ist hart geworden durch den Weißleim. Es kann tatsächlich brechen. Also tatsächlich muss ich sagen, ist diese Latexgeschichte wirklich eine angenehme Sache. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, es stinkt wie die Pest. Also es ist wirklich, also da muss ein, also wer ein Diesel von euch fährt und regelmäßig AdBlue nachfüllt bei seinem Auto, der wird feststellen, dass das genauso riecht. Es riecht extrem ammoniakhaltig. Und das war tatsächlich sogar kopfschmerzmäßig. Weil wir haben nicht nur diesen einen Baum gemacht, sondern wir haben 30 Bäume gemacht. Und dementsprechend hat das natürlich gedunstet. Und das hat ein bisschen Kopfschmerzen verursacht. Und es war auch nicht angenehm. Also den Gestank, das muss man auf jeden Fall in einem anderen Raum machen. Aber ich muss sagen, erstmal von der Haltbarkeit finde ich es mega gut. Also es ist wirklich sehr stabil. So, im nächsten Schritt würde ich das Ganze jetzt auch nochmal begrünen. Das heißt, als erstes werde ich den gesamten Baum erstmal braun grundieren. Dazu nehme ich mir eine Montana-Dose oder eine Army Painter-Dose oder eine AK-Dose, was ihr gerade so da habt. Ich werde den jetzt einmal komplett braun besprühen. Hier werde ich den Ast nochmal mit der Schere abschneiden. Und das mache ich jetzt mit beiden Bäumen. Und dann werden wir sie mal noch beflocken. Und dann muss das Ganze natürlich wieder aushärten. Als nächstes müssen wir unseren Baum beflocken. Ich nehme hier unseren Sprühkleber. Da sprühe ich einmal von unten. Und von oben. So, als erstes streuen wir von unten Material auf. Und schütteln das Ganze immer wieder so ein bisschen ab. Dann von oben. Und ihr seht schon, das grobe Flock, das hält nicht komplett. Also wir werden das gleich nochmal mit einem feinen Feinturf abstreuen. Und dann haben wir auch wirklich alle Zweige bedeckt. Es ist natürlich aber auch nicht schlimm, wenn der ein oder andere Ast da mal durchlugt. Das ist gar nicht so schlimm und ist natürlich dann recht natürlich. Ja, unsere beiden Bäume sind nun fertig begrünt. Ich habe Sprühkleber als erstes genommen, um das grobe Flock aufzutragen. Von unten und von oben. Und habe dann im Nachgang nochmal mit ein bisschen Mattlack. Beziehungsweise ihr könnt auch Haarspray verwenden. Das funktioniert auch sehr gut. Das ist einfach nochmal ein bisschen feiner. Und habe nicht so einen heftigen... Ja, da ist nicht so viel Flüssigkeit, die da drauf landet. Und sonst klumpt das doch sehr stark. Und habe das Ganze dann noch mit ein bisschen Feinturf abgestimmt. Ja, die Bäume sind jetzt soweit fertig. Ich würde sie jetzt im Nachgang nochmal fixieren, indem ich sie jetzt nochmal komplett einsprühen werde. Mit einem Fixierspray, mit einem Wasser-Lime-Gemisch. Was auch immer ihr da habt. Auf jeden Fall eine schöne dünne Schicht einfach nochmal von oben mit einer schönen großen Sprühflasche rüber. Dass die sich nochmal richtig vollsaugen. Und dann werden die richtig schön hart. Und dann bröselt da auch nichts mehr runter. Ja, die Haltbarkeit kriegen wir jetzt also auch noch durch den Leim, der dann jetzt gleich noch drauf fließen wird. Aber ich muss schon sagen, dass diese Latex-Geschichte wirklich mich überzeugt hat. Weil einfach diese Feinäste von dem Seemoos einfach komplett ummantelt sind. Und einfach dadurch geschützt sind. Das heißt, die können auch nicht weiter austrocknen. Weil es ist einfach auch ein Naturprodukt. Das muss euch bewusst sein, dass solche Sachen auch im Nachgang immer mal wieder noch ein bisschen nachtrocknen. Das kann dann bröseln, das kann brechen. Das ist mir bei den Seemoos-Geschichten. Ja, wenn man damit nicht gut umgeht, dann sind die doch sehr filigran. Und dann bricht dort doch das ein oder andere Mal ab. Und man muss sie natürlich extrem gut lagern. Von daher finde ich die Geschichte mit dem Latex wirklich eine gute Methode, um diese Bäume zu schützen. Wir haben es gesehen, beim Wasser-Lime-Gemisch wird das Ganze nur hart und auch ein bisschen brüchig. Wäre nicht mehr meine Wahl. Von daher, ich habe, glaube ich, ein 5 Liter Kanister Latex-Milch gekauft. Das heißt, meine nächsten Bäume werden alle mit Latex gemacht. Ja, es stinkt wirklich. Es stinkt wie die Hölle. Am besten in einem ganz anderen, gut durchlüfteten Raum machen. Und dann über Nacht gut durchtrocknen. Dort, wo ihr auch nicht aufhaltet. Weil ich ja wirklich ein bisschen Kopfweh davon bekomme. Aber das Endergebnis ist doch auf jeden Fall besser wie alles andere. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus diesem Video. Vielleicht probiert ihr es selber mal aus. Oder vielleicht arbeitet ihr schon mit dieser Methode. Wie gesagt, ich habe es kopiert von Lux APS, also Geek Gaming. Dort habe ich das das erste Mal gesehen und dachte mir, wow, coole Sache. Probier es da einfach mal aus. Muss ja irgendwas mit dem Bäumchen machen. Erst habe ich gedacht, oh, das wird nie was. Aber jetzt im Nachgang muss ich sagen, doch, das ist eine wirklich gute Idee, das zu machen. Also, falls ihr das Video von Geek Gaming noch nicht könnt, ich verlinke es gerne mal unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einem nächsten Video hier auf dem Kanal. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gerne über eine Kanalmitgliedschaft hier bei uns auf dem Kanal. Oder werdet Patreon. Da habt ihr auch nochmal Vorteile von dem einen oder anderen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten. Und ansonsten folgt uns gerne auf Instagram. Da posten wir auch immer mal die ein oder andere Stories. Ein paar Behind-the-Scene-Fotos aus dem Studio. Und ich sage danke, bis zum nächsten Mal und tschüss.